Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja, Final Fantasy 15, meine Freunde. Wir sind hier auf dem Weg zum legendären Schwert, haben aber, wie er schon sagt, ein Empfangskomitee vor uns. Der gute Prompto hat, glaube ich, erwähnt oder so, oder Ignis, keine Ahnung. Die Namen, so, habe ich noch, also, die Namenzuweisung habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber, ey, wir haben jetzt immerhin eine Möglichkeit, zurückzuschlagen, nachdem wir ein bisschen hier, ähm, Prompto auf die Nudel gegeben haben. So. Und warum hast du immer die Waffe, Mann? Ich bin jetzt gerade hier beschäftigt. So. Überraschungsangriff, was, wie geht denn das? Warum sind zwei von denen da? Ja, alles klar. Dankeschön. So. Willst du mich verarschen? Die kriegen ja kaum Damage, die guten Kollegen. Wenn wir im laufenden Band Damage kriegen. Oh, kommt schon. Na. Komm. Uns beide, direkt. Und wo kommen denn die her? Direkt in der ersten, also in den ersten Spielminuten. Haben wir so ein Problem mit solchen Idioten? Oh. Oh. Ah, verdammt. So. Kannst du mich mal kurz. Besser so? Danke. Oh, Mann. Scheiß Pudding. Ey, 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 ey. Du Hundebock. Oh, Mann. Oh. Ich bin tot. Habe ich plötzlich weiße Haare? Oh. Nices Feature, aber egal. Wir sind noch nicht fertig. Oh, endlich. Wir haben den ersten gekillt. Wow, und den zweiten auch hinterher. Ja, Mann. Endlich können wir hier raus. Ja, sag nix. Was ist der andere Weg? Ja, ich glaube, das ist der, um rauszukommen. Das war echt heftig. Ja, das war mehr als heftig. Gerade. Dankeschön. Ich werde wenigstens wieder vollgeheilt. Hm. Und wir bekommen direkt die Königswaffe. Oh. Oh. Beirufen. Wenn Noctis angreift oder sich verteidigt, lässt sich der kreisförmige blaue Limitbalken am linken unteren Bildschirmrand auf. Ist er voll, kann es losgehen. Solange die Königswaffen dich schützen, sind alle deine Statuswerte erhöht. Königswaffen. Aha. Das Menü Fertigkeiten wurde zum Kategorie Königswaffen... Ah. Wurde um die Kategorie Königswaffen erweitert. ZSFP ein, um dein königliches Arsenal zu verstärken. Geil. Geil. Jetzt können wir sie vielleicht mal verwenden. Was brauchbar ist. Okay. Das wird interessant. Zum Aus... Zum Eingang zurückkehren. Auf jeden Fall. Okay. Dann war das kein Ausgang. Ist mir jetzt auch egal. Aber ich... Wollte nicht gegen die Schlange antreten. Oh ne. Nicht schon wieder. Ja. Alles in Ordnung? Was ist los? Wo bin ich? Noggt. Ich hab etwas gesehen. Lodernde Flammen. War das der Meteor? Eine Vision von der Cortez-Platte? Lasst uns nach Lestallum zurückkehren. Ja. Wir müssen mit Talca drehen. Okay. Kehren wir zurück. Und geben dann mal eigentlich unsere FP aus. Weil wir haben Nacht. Können jetzt höchstens noch... Automatisch fahren. Hier... Hinreisen. Ey. Hier hinreisen. Danke. Und dann noch schnell... Äh... Die Fragezeichen... Mission dort mal kurz in Empfang nehmen. Und dann pennen gehen. Mal kurz. Würde ich so glatt behaupten. Weil Nacht ist und wir FP brauchen. Und das kriegt man ja nur, wenn man einmal übernachtet. Das ist ein bisschen doof gemacht. Dass man eigentlich sozusagen die XP-Level alles ansammelt. Und dann eigentlich alles auf einmal kriegt. Auf der einen Weise ist es ziemlich praktisch. Und auf der einen Weise einfach ziemlich scheiße. Weil wenn man während des Kampfes irgendwie ein Level höher kommt. Dann könnte man vielleicht schon besser sein gegen den Gegner. Und das kann man ja so nicht. Weil man zuerst noch während des Level-Ups noch schnell kurz nach Hause gehen müsste. Oder besser gesagt in ein Bettchen steigen müsste. Und dann übernachten. Und erst dann wird das Level-Up übernommen. Und das ist so ziemlich behindert. Aber okay. Umgeben von Zivilisation schläft es sich besser. Jo. Nichts gegen übernachten in der Wildnis. Aber sicherer ist es hier allemal. Definitiv. Ich weiß, ich sollte dort drüber. Aber ich muss mal in diese Richtung. Komm, du kannst gleich wieder weiter rennen. Ist mir egal, wie kaputt du bist. Noch fünf Tage. Oh. Ich habe die gleich fünf Tage gemietet. Oha. Die sind ja billig. Ich dachte, die hätte ich jetzt nur irgendwie... Ja. Einmal oder so fünf Minuten so. Aber okay. Für jedes Problem die richtige Lösung. Man sieht sich. Äh, nö. Ich möchte nur die Aufgabe annehmen. Hey, du da. Hast du mal einen Moment Zeit? Warum? Ich brauche Hilfe bei der Warenbeschaffung. Nichts, womit ich den Verband behelligen würde. Bitte oft meine Kundschaft. Fort sein. Wann immer du Zeit hast. Okay. Die Panzerknacker. Barettaurus erlegen. Oha. Deine Frau wurde befördert? Glückwunsch, Mann. Ziemlich interesting. Und diese Atmosphäre ist einfach unglaublich genial. Ungefähr weiß ich zum Glück, wo ich jetzt hin muss. Ich hoffe, ähm... Die Mission ist nicht... Doch, sie ist bei unserem Bett, Mann. Naja, egal. Willkommen zurück. Dein heißer Tipp war Gold wert. War die Geschichte etwa wahr? Vielen Dank, Target. Ach, nicht doch. Schon wieder. Schon wieder. Alles in Ordnung? Was ist los? Mach dir keine Sorgen, Iris. Vom Panoramapark aus sieht man doch den Meteor, oder? Ja, gibt sogar ein Teleskop. Lasst uns hingehen. Ja. Wenn die Kopfschmerzen etwas mit der Kautessplatte zu tun haben, müssen wir uns dort umsehen. Machen wir auf jeden Fall. Aber zuerst werde ich pennen gehen. Willkommen, der Herr. Sie wünschen ein Zimmer? Habe auch genügend Kohle mittlerweile. Ne? Und sonst mache ich ein paar Aufträge und dann habe ich die Kohle auch wieder. Ne? Okay. Direkt auf Level 23 von Level 21. Bei unserem guten Noki. Fand es abstoßend und faszinierend zugleich. Ja, und kein richtiges Bild, ja. Und wimmelte es nur so vor Feinden. Das sieht cool aus, aber... Was der sonst irgendwie so fotografiert hat... Na gut, kann man gelten lassen. Kann man gelten lassen mit seiner Krücke von... Fresse. Guckt euch das mal an, nö, das da. Also, ne. Wie der da lacht, ist ja echt mal... Nicht normal. Aber egal. Endlich haben wir gepennt. Sind Level aufgestiegen. Können es jetzt sogar mit Level 23 an aufnehmen. Äh, wir nehmen jetzt mal die Fähigkeiten... Hier in Betracht. Hier, Königswaffen. Hier. Ruft die Königswaffen herbei und macht noch das kurzzeitig stärker. Haben wir. Wir haben 136 FP. Oh, hm. Reduziert den Verbrauch des Limitbalkens bei aktivierter Königswaffe. Höht die Rate mit der Angriffe, den Limitbalken füllen. Ähm, beides ist nicht schlecht, würde ich sagen. Yep. Dankeschön. Und was ist das? Gewährt ein FP bei Aktivierung der Königswaffen. Äh, ne. Lassen wir noch. Dann gucken wir mal noch, was wir mit den anderen 88, ähm, FP machen für den Kommandobalken auf, wenn Noctis einen Gegner trifft. Ähm, ja, warum nicht? Das brauchen wir. Davon sind wir ziemlich abhängig. Leider, muss ich gestehen, möchte auch nicht so einfach an allem irgendwie dranhängen müssen. Ermöglich nach einem Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung. Ähm, keine Ahnung. Erhöht den Schaden von Überraschungsangriffen. Warbschaden. Automatisches Ausweichen. Äh, verbraucht noch weniger Energie. Ähm, ja, kann ich sowieso vergessen. Ja gut, dann nehmen wir, eigentlich müsste ich, rein technisch gesehen, zuerst mal das kaufen. Dann, dann, gereift, aha, ermöglicht mit Ausweichmanöver in der Luft. Ja gut, dann hab ich das, was ich kaufen möchte, schon gefunden. Ja gut, und was ist das dann? Ermöglicht noch einer Luftschritt-Angriffskombination, einen erneuten Luftschritt. Oh, dann werde ich ja ein richtiger Luftmeister, Freunde. Talente. Äh, der ist schon auf fünfter Kollege. Magie, ähm, ja, Inventar. Ähm, Ausrüstung. Noctis. Haben wir irgendeine Königswaffe oder so? Motorklinge. Haben wir irgendwas Interessantes neu aufgenommen? Schwert des, äh, Schwert des Wandernden. Äh, ist das gut? Keine Ahnung. Ist das auch so eine Waffe? So eine Reliktwaffe. Das Schwert eines Königs, der einen mächtigen Wall errichtete, um sein Reich zu schützen, es ermöglicht Warpangre von Feinde zu überraschen. Ja, dann gucken wir mal. Haben wir mit dem was Neues? Irgendwas? Nö. Bei dem? Nö. Äh, was hast du als Nebenscheiß? Nö. Nur die Trainerlanze. Prompto. Wirbel. Nö. Nö. Ich hab schon die besten Waffen ausgerüstet. Hey. Und ja, ich seh gerade, das sind nur vier Spieltage. Aha. Sehr interessant. Äh, verdammt. Oh, nö. Falls es gegangen wäre, hätte ich hier einen Absacker in die Tiefe gemacht. Oh, Mann. Gehen wir jetzt mal zur Missionszentrale, könnte man sagen. Und gucken mal hier, was wir denn hier so machen können. Wer ist denn das? Na nun, ihr auch hier? Ah, nicht der schon wieder. Na, Lust auf ein Märchen? Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesensprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Und was geschah dann mit ihm? Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Er scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Und? Wir folgen ihm erstmal. Und sehen, was kommt. Ja. Alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und meiner ist dazu noch schrecklich lang. Also, nennt mich einfach Arden. Kommt mit mir zum Parkplatz. Ich habe mein Auto dort gelassen. Ich miene gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regal ja, nicht wahr? Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Okay. Wohin der wohl wieder mit uns möchte? Das wird interessant. Äh, verdammt. Wo ist unser Auto? Das ist dort. Arden, wann kann man mit dir reden? Ey, Alter. Steh dem nicht im Weg rum, Mann. Der muss in sein scheiß fucking Auto. Seid ihr soweit? Und ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Oh, ne. Ich will lieber dein Auto fahren. Was? Dann verlange ich aber eine heftige Kaution von euch. Nun, Spaß. Haha, ein FB und 100 erhalten. Gut. Dann fährst du also den Regal ja. So. Bereit zur Abfahrt? Oh, Mann. Die weite Welt. Aufgabe abgeschlossen. Das Schwert der Legende erst jetzt. Wir zwischen. Okay. Es hagelt noch ein bisschen mehr. Ipp hier und so. Oh, Mann. Seine dumme Lache. Aber die muss ich speichern. Und jetzt mal schauen, wo es hingeht. Kapitel 4 von Göttern und Königen. Die Erde zittert und Noctis wird von einem unangenehmen Stechen im Kopf geplagt. Arden behauptet, dass die Schmerzen eine Nachricht des Gottes Titan an den König seien. Sollten die Legenden tatsächlich der Wahrheit entsprechen, skeptisch, aber heimlich voller Hoffnung brechen die vier Gefährten zur Kautesplatte auf, wo der Riese zu finden sein soll. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Sofern die Ladezeit jetzt nicht gerade bis 20 Minuten geht. Sonst wird da nichts mehr gezeigt. Die göttlichen Prüfungen. Oh, ne. Dein Ernst? Du willst mich doch verarschen, mein Freund. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel alle ganz aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Magen. Boah. Ja doch, ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Ja, fahr los. Schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Oh, Mann. Oh, Mann. Hoffentlich ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautesplatte. Mart, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Gute Idee. Nacht. Was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Hier wär gar nichts recht ran, gefahren, du Idiot. Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck und ein Gefühl... Von Freiheit. Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden? Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein, wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Ähm, okay. Die angesammelten EP werden verrechnet und das Spiel wird gespeichert. Aha. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Äh, ist ja auch eine. Oh, Mann. Wir sind ja kaum weitergekommen, Mann. Und den schon wieder? Der Typ? Warte mal. Na nun, wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Ja, wer wohl? Oh, tut mir leid. Habt nicht gefragt. Nein, nein, keine Angst. Wir wollen doch dafür sorgen, dass der Prinz mein Gesicht... Niemals vergisst. Arden hat dir eine Lockpfeife. In der Umgebung anlocken. Äh. Für welchen Aspekt braucht man den? Also, mit allem Respekt. Ich brauch doch keine Lockpfeife, Mann. Ich bin vom Blute der Kallergies. Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Ich frag mich, wo sie wohl hin ist. Ich nicht. Oh, Katzin. Habt bitte keine Angst. Ich hoffe, dies lindert euren Schmerz ein wenig. Danke. Euer... Gnaden. Eos, quell allen Lebens. Bewahr uns vor der drohenden Dunkelheit. Es ist vollbracht. Noch seid ihr nicht ganz genesen, aber schon bald. Ein Wunder. Habt vielen Dank, werte Kanaki. Ehrenwerte, Lunafreya. Ich bin weit gereist. Doch endlich. Es tut mir leid. Ich... Nein. Ich bin euch sehr dankbar. So, dann... Beginnen wir. Sie hätte sich einfach in der Stadt verstecken sollen. Stimmt. Zum Beispiel in meiner Wohnung. Oh ja, deine Alte hätte sich bestimmt riesig gefreut. Noct, wenn wir zurück sind, setzt du den Ben im Kurs fort. Wie kommst du denn da drauf? Na, durch die Hochzeit wird das öffentliche Interesse an dir steigen. Meinst du? Momentan gräbt doch kein Hahn nach ihm. Na, schönen Dank. Es wird Zeit, dass sich das endlich ändert. Wir wollen schließlich nie... ...dass die arme Luna ihm alles beibringen muss. Ach, jetzt verstehe ich. Noct, du musst der Kanagi ein würdiger Ehemann sein. Schlimmstenfalls kann sie ihn einfach als Zepterständer benutzen. Womit habe ich euch nur verdient? Bonjour. Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Den Meteor als Energiequelle zu nutzen, ist mehr als brillant. Zapfen Sie den Meteor dafür an? Als der Meteor auf Eos stürzte, war es Titan, der ihn vor dem Aufprall abfing. Die Menschen sammeln die Bruchstücke ein, die dabei vom Meteor absplitterten. Und noch immer trägt der Riese ihn auf seinen Schultern. Echter Knochenjob. Bestimmt ist er ziemlich verspannt. Kein Wunder, dass die Bewohner Daskas den Riesen so verehren. Es hat sich ein regelrechter Kult gebildet. Ich frage mich, wie es tatsächlich unter dem Meteor aussieht. Da drinnen herrschen ziemlich hohe Temperaturen. Macht deine Kamera das mit? Berufsrisiko. Solange sie nicht ins offene Feuer fällt, sollte sie halten. Wenn sie kaputt geht, kriegst du keine neue. Lass sie lieber im Auto. Nein, niemals. Vielleicht sehen wir sogar den Riesen. Die Gelegenheit auf den Schnappschuss darf ich mir nicht entgehen lassen. Tja, der passt doch ohnehin nicht ins Bild. Versuch ist es wert. Es gibt kein Fundberuf für verpasste Chancen. Wow, prompto. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ah, naja klar. Oh man, was für Unterhaltungen. Ziemlich lustig das Ganze. Ziemlich. Und deine Brille, Ignis, beschlägt die beiden jetzt nicht? Solange es nicht auch noch feuchter drin ist. Ha, und wenn doch, kannst du sie ja einfach abnehmen. Seine Augen sind schließlich gar nicht so schlecht. Ach, wirklich? Nun, ich kann auch ohne Brille noch genug sehen. Echt? Wieso trägst du sie dann überhaupt? Naja, es geht nicht darum, was er sehen kann. Eher darum, was seinem Blick entgehen könnte. Ja, ich bevorzuge einen scharfen Blick. Ah, stets wachsam und immer auf der Hut. Was, Ignis? Sag mal, Ignis, wie ist das eigentlich so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Was soll das denn heißen? Immerhin ist Noct mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hat er halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein, aber ich achte lieber auf den Verkehr. Also, so schlimm fährt Noct nun auch wieder nicht. Du meintest doch gerade, Ignis soll lesen, oder? Meinst du mich? Ja, wird einem beim Lesen auf der Fahrt nicht schlecht? Also mir schon. Mir auch. Im Auto lesen, da wird mir speiübel. Faule Ausrede. Was meinst du denn mit Ausrede? Na, Ausrede fürs nicht lernen. Tu nicht so, als wärst du gebildeter als er. Wir sind da. Ist das auch wahr? Weiter geht's. Weiter nicht etwa für einen Lügner? Naja, so ganz sauber bist du nicht. Schon allein dieser Umweg. Hallo. Ich bin es. Seid so nett und macht das Tor auf. Einfach so aufgemacht. Na, überrascht. Ich hab mehr Einfluss, als man mir auf den ersten Blick ansehen mag. So, ihr habt nun eine Gottheit zu besuchen. Kommst du nicht? Ich wollte euch doch nur bis zu seiner Haustür begleiten. Also dann. Macht's gut. Ob das so gut kommt, da bin ich mir ja nicht sicher. Oh, Mann. Pff, mein echt seltsamer Kerl. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Naja, ganz so schlimm ist er auch nicht. Das sagt der Richtige. Immerhin kennt er eine Menge Märchen. Gutes Indiz für einen Wahnsinnigen. Mama Mia. Was für ein Weg. Ist unser Auto schon ziemlich Schrott, oder wie? Sieht mir ganz so aus. Sonst müssten wir es neu lackieren. Aber okay. Hier können wir aufsteigen. Also gehen wir hier lang weiter? Ja, finden wir raus, was das Imperium hier treibt. Machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Und ich kann immer noch nicht speichern, was ist denn hier kaputt, Mann. Ja, dann. Bis zum nächsten Part, Freunde. Wir sehen uns. Tüdle. Tüdle.